Ja, ihr Lieben, ich grüße euch zur nächsten astrologischen Betrachtung, jetzt zum Neuen und am 16. Oktober 2020. Ich bin schon ein bisschen spät dran, ich bitte um Entschuldigung. Ja, es war sehr viel zu tun und es gibt auch deswegen aus Zeitgründen heute hinten nach kein Kartenorakel. Ich möchte jetzt wirklich mal rein mit der Astrologie machen, dass auch die Leute, die sich halt für die Astrologie interessieren, auch mal so ihre eigenen Videos haben und vielleicht bist du ja auch mit neu dabei und das interessiert dich auch einfach. Ich versuche auch so wie bei den Karten immer so ein bisschen dazu zu erklären, warum ich was sehe. Und also ich mache es so, dass ich quasi eben den Neumond eintritt, der ist eben jetzt am 16. Oktober 20.31 Uhr quasi so. Das ist so, wie wenn man ein Geburtsorakel macht, wie wenn jemand geboren ist. Den Zeitpunkt nimmt man die Uhrzeit und dann schaut man einfach, was da kommt in dem Leben von der Person, von dem Baby. Und ja, jetzt schauen wir uns eben an, was der Neumond astrologisch ja mit sich bringt. Und wir haben den Neumond in der Waage. Die Waage sind so die Themen Partnerschaft. Ja, Partnerschaften, manche Astrologen sagen auch eben so Gruppen, Teams und so weiter. Das ist für mich aber eher wirklich das elfte Haus. Elfte Haus steht eben für Teams, für Gruppierungen und so weiter. Und das siebte Haus, das eben dem Zeichen Waage zugeordnet ist, das steht eben jetzt am Mond drinnen. Und das ist für mich schon so, das Thema Partnerschaft. Und auch steht die Waage für Schönheit, für, manche sagen auch für Ausgeglichenheit, was ich aber wiederum gar nicht finde. Also ich versuche auch so ein bisschen meine astrologischen Weisheiten mitzugeben. Ich weiß, ich habe viele unter meinen Zuschauern, die auch an Astrologie interessiert sind. Und deswegen, wie gesagt, erkläre ich es auch so ein bisschen. Ja, also es geht um Thema Partnerschaft. Das Ganze steht hier im fünften Haus. Das fünfte Haus ist so das Thema. Einerseits geht es hier so um die Freizeitgestaltungen, um Hobbys und so weiter. Und ja, wir passen dazu, steht das aber auch für die Sexualität. Also das achte Haus steht für die Sexualität, aber auch das fünfte. Und es steht auch für das Kinderkriegen, für das Thema Kinderkriegen, Familiengründung und so weiter. Ja, jetzt haben wir da ein Quadrat zu Saturn, Pluto und Neptun, die hier gerade im Steinbock stehen. Und das ist für mich schon so eine Herausforderung. Eben gerade, weil es eigentlich so ein Haus betrifft, wo man ja sagt, okay, hier geht es so eben mit der Waage in Partnerschaft, nach um Sexualität, um so einfach Freizeitgestaltung und so weiter. Also es kann wirklich sein, dass das Ganze jetzt irgendwo abgebremst ist, schaumgebremst ist bei euch. Und hier eben jetzt, ja, das ist so wie, ein bisschen wie so dunkle Wolken, ne, über unserem Glück schweben. Wenn du jetzt vielleicht jemanden hast, eine Affäre hast, dann könnte das sich momentan auch sehr schwierig zeigen. Mit Saturn wird einfach immer geprüft, ja, Saturn prüft, überprüft. Also du sollst jetzt wirklich diese Themen, eben, ich ordne halt das fünfte Haus auf den Affären zu, weil es ja um die Sexualität geht. Kann natürlich auch das Thema Sexualität selber sein. Und eben auch das Thema Kinderwunsch und so weiter, ja. Also wenn das bei dir alles ein Thema, oder halt eins davon ein Thema ist, dann kann das jetzt sich wirklich ein bisschen schwierig gestalten. Aber in Saturn steht ja im eigenen Hass. Saturn ist der Herrscher von Steinbock. Und da, der klopft halt wirklich auf die Finger, ja, und sagt, du, du, ja, Achtung, pass jetzt mal auf, was bei dir los ist. Und was ich ja sehr interessant finde, ist, dass wir, also, dass wir hier eine Opposition zum Maß haben. Entschuldigung, Frau Schämmhals. Ja, eine zum Maß haben. Und der Maß steht ja für die Männer in unserem Leben. Da kann ich jetzt nicht sagen, egal ob Mann oder Frau, so wie bei den Karten, ja. Sondern hier geht es wirklich um die Männer in deinem Leben. Wenn du jetzt natürlich, egal ob du Mann oder Frau bist, eben männliche Partner hast, dann gilt das für dich. Aber eben nicht, wenn du weibliche Partner hast. Egal eben in welcher, ob du jetzt heterosexuell, homosexuell oder was auch immer bist, ne. Also da gilt wirklich zu überprüfen, ja, weil der Maß steht im eigenen Zeichen, im Witter. Und die können ja unheimlich stur sein, die rennen mit dem Kopf durch die Wand. Also es kann sich jetzt wirklich Probleme mit Männern ergeben in Partnerschaften. Und eben da wirklich aufpassen, ja. Ja, es war schon im letzten, ich glaube im Vollmond, ja, eine Vollmondbetrachtung. Ich will jetzt nicht Orakel sagen, wenn wir jetzt keine Karten haben. Dass hier wirklich, ja, ein bisschen der Wurm drinnen ist, ne. Und wir haben auch hier wieder vom Mars wieder diese Quadrate zu dem Saturn, Pluto, Jupiter. Jetzt sage ich mal, der Jupiter bremst normalerweise ja ab. Also in dem Sinn ab, weil der Jupiter ja für das Glück steht. Er ist der Glücksplanet schlechthin. Allerdings, wenn er in solchen ungünstigen Kombinationen ist, dann könnte er auch dafür sorgen, dass übertrieben wird, ne. Also bitte wirklich jetzt auch wieder aufpassen, in Partnerschaften vorsichtig sein, nicht zu viel streiten und auch nichts herausfordern, ne. Weil das könnte wirklich, ja, Ärger ausgehen als sonst. Wir haben auch hier die Venus, die Venus, die hier in der Jungfrau steht, die zwar eh dann eher geerdet ist und immer alles so ein bisschen den Ball flach haltet. Da haben wir aber eine Opposition zum Neptun und der steht ja in den Fischen, ja. Und Neptun ist der Herrscher von Fischen und der löst halt auch sehr auf und der lasst uns, der täuscht, ne. Der steht auch für Täuschungen, der steht, was, das ist die Karte, die Wolkenkarte in den Lenormau-Karten, ja. Und Neptun und Fische. Und eben mit der Venus, mit der Weiblichkeit, also es kann wirklich sein, dass du durch Streit, durch Missverständnisse, einfach durch Konflikte mit dem Partner oder eben mit Männern jetzt auch so das Gefühl hast, so, ja, dass du ein bisschen an deiner Weiblichkeit sozusagen geknappert wird, dass du dadurch auch noch unweiblich fühlst, ne. Das sind halt mal so die bisschen unschöneren Sachen, die man halt leider erwähnen muss, wenn sie sich so stark zeigen. Wir haben hier aber von der Sonne auch ein Trigon zum Aszendenten. Das ist schon mal insofern gut, dass du quasi, ja, das ist für mich eigentlich eher wieder so ein Wohlfühlfaktor, wo man sich nach außen zeigen kann, wie man ist, würde ich sagen. Aber die Sonne steht ja für dich selbst, ja, und der Aszendent ist das von außen. Also du zeigst dich, wie du bist, du kannst jetzt dich rauskehren, aber eben auch Vorsicht, weil wir haben hier wieder ein Quadrat mit dem Neptun, ne. Und da haben wir wieder die Verschleierung, ne. Also lege jetzt wirklich alles daran, nichts, ja, du nicht schauspielern, sondern zeig dich nach außen. Wir haben ja da einen Zwilling-Aszendenten und der Zwilling hat halt wieder zwei Gesichter. Also es kann natürlich sein, dass du auch eine Rolle spielst, das sollst du natürlich nicht, ne. Wenn es dir schlecht geht, dann zeig das auch, ja. Du musst nicht dich verstecken, aber wenn es dir gut geht und wenn du dich wohlfühlst, dann kannst du das auch noch außen zeigen, ne. Also das sind jetzt so beide Seiten, Zwilling ist immer beide Seiten und wir haben ja hier auch den Glückspunkt am Aszendenten und den aufsteigenden Mondknoten. Der aufsteigende Mondknoten ist immer das, ja, was ist unser Karma, was wir mitgebracht haben. Das ist natürlich jetzt in einem Geburtsradix individueller, das ist ja jetzt eine Neumondbetrachtung quasi, ja. Aber eben es kann schon sein, dass es hier auch um karmische Themen geht, die jetzt noch draußen kommen auch, ne. Vielleicht eben mit dem Partner, wenn es da schwierig ist, ja. Also wir haben, und wir haben auch vom Mars, haben wir auch ein Sextil zum Aszendenten, das auch wieder gut ist, das kräftigt und stärkt, ne, dass du wirklich so auch nach außen gehen kannst, dich zeigen kannst. Aber eben bitte Vorsicht, ne, nicht mit dem Neptun sich selber blenden und eventuell auch die anderen blenden. Das ist ja dann wieder, ja, vielleicht nicht so günstig. Und dann haben wir noch die Venus, Moment. Ja, bei mir ist das Problem, dass das Programm schon so veraltet ist, ich habe am liebsten mit dem Arbeit und das nicht alle Zeichen anzeigt. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut, weil ich jetzt näher beim Mikrofon war. Ja, ja, die Venus macht ja ein, ähm, ein Trigon zum Jupiter. Das ist natürlich wieder sehr gut, ja. Das ist für mich ein großer, großer Glücksaspekt. Also, ähm, das ist so wie die Sternekarte in den Lenormaukarten. Also da ist das Ganze, was vielleicht nicht so positiv ist jetzt, dann doch wieder nicht so schlimm. Ja, es kann sein, dass es abgemildert wird, dass du wirklich, äh, Dinge, die du vielleicht jetzt als schlimm erlebst, dann doch sich zum Positiven wieder wenden. Wir haben ja den Jupiter im Steinbock stehen und im achten Haus. Da kann es auch um das Geld der anderen gehen. Es ist aber positiv, ja. Also das Geld der anderen ist ja auch Erbschaften, können aber auch Gewinne sein. Und wir haben hier eben die Venus, ähm, am fünften Haus. Es ist, glaube ich, knapp noch viertes Haus. Äh, 16 Grad. Ja, es ist ganz knapp, ja. Ist es, äh, ja, gerade am Übergang, ja, viertes, fünftes Haus. Und fünftes Haus ist auch für das Glücksspiel zuständig, ja. Also ich will euch jetzt nicht verleiten zu Glücksspielen, aber, ähm, ihr könnt jetzt natürlich versuchen, ne, äh, ganz mit, wie ihr es euch halt leisten könnt, ne. Aber das schaut gut aus. Und das gilt jetzt, ähm, ja, das Neumond selber und der Vollmond, die stehen ja immer nur ein, zwei Tage in dem Zeichen. Aber ich habe das jetzt quasi für die ganze, ähm, Neumond-Periode, die ja eigentlich nur zwei Tage geht, aber wir sagen mal, bis zum nächsten Vollmond, ja, die nächsten zwei Wochen, hier grünes Licht und gute Energien, dass man eventuell eben auch, ähm, mal versucht, ja. Oder wenn du eh öfter spielst und dir denkst, so, naja, jetzt könnte ich wieder mal und vielleicht sollte ich wieder mal, dann, ja, würde ich dir dazu raten, äh, ja, wenn du Lust dazu hast und eben, dass, dass dir es leisten kannst, könntest du es mal versuchen. Wäre gut. Na gut, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem, mit dem Video, die eine oder andere Anregung geben. Und, ja, alles Wichtige findet ihr unter dem Video, wie sie mich erreichen könnt, wo ich zu finden bin überall. Und dann schicke ich euch ganz liebe Grüße und sage bis zum nächsten Video. Tschüss, baba.